Willkommen, liebe Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Das ist natürlich bombastisch. Vielen, vielen Dank für das Vertrauen an der Stelle schon mal. Kurze, schnelle Umfrage. Wer von Ihnen war schon an unserem Stand? Oh, da ist deutlich zu wenig. Da kann man Enten angeln. Großartige Preise gewinnen. Das ist auf jeden Fall ein Power-Tipp. Da müssen Sie alle auf jeden Fall mitmachen. Heute habe ich mein Lieblingsthema mitgebracht. Ich habe mitgebracht erfolgreiche E-Commerce-Shops, vor allem Conversion-Optimierung, mehr Fans, mehr Besucher, größere Warenkörbe und natürlich auch mehr Umsatz. Darum soll es in den nächsten exakt 30 Minuten gehen. Ich habe eine ganze Menge von Tipps mitgebracht, Sie haben es ja gelesen. 15 Tipps habe ich versprochen mitzubringen. Das tut mir jetzt sehr leid. Das ist mir leider nicht gelungen. Es sind wesentlich mehr Tipps, die ich mitgebracht habe. Und das ist immer so ein bisschen ein Problem, wenn man nur 30 Minuten Zeit hat. Aber ja auch eine Lösung für jeder von Ihnen, der gerne alle Tipps haben will, auch nochmal die Tipps zum Nachlesen haben möchte, der kann am Ende vom Vortrag einfach zu mir kommen, mir seine Visitenkarte geben oder einen Zettel, wo die E-Mail-Adresse draufsteht. Und dann schicke ich ihm die Präsentation zu. Mit allen Tipps drin. Auch die Tipps, die wir vielleicht aus Zeitgründen nicht schaffen. Das ist mein Angebot für Sie, damit Sie auch wirklich das Maximale aus dem gemeinsamen Vortrag rausholen können. So, dann gibt es natürlich am Anfang immer das ganz Wichtige, dass ich mich kurz vorstelle, das Unternehmen kurz vorstelle. Ich sage es einfach nochmal, mein Name ist Klaus Weibrecht. Ich habe das Unternehmen vor zwölf Jahren gegründet. Das ist jetzt also schon eine Weile her. Sehr, sehr jung gegründet, mit zwei Mitarbeitern damals gestartet. Mittlerweile sind wir 32 Mitarbeiter am Standort in Jena. Ich lade Sie alle herzlich ein, kommen Sie nicht gleichzeitig, das würde die Stadt sprengen. Aber wenn Sie Stück für Stück kommen, das ist wunderbar, dann passt das sehr gut. Wir sind spezialisiert auf E-Commerce-Systeme, auf erfolgreiche E-Commerce-Systeme, weil wir die Conversion-Spezialisten sind. Wir haben das große Glück, dass wir auch noch im Bereich PPC-Marketing, Newsletter-Marketing aktiv sind. Da wird es heute einige Tipps hier gemeinsam geben und natürlich auch im Bereich Social Media und für all diejenigen unter Ihnen, die noch keine eigene App haben. Das ist natürlich ein kapitaler Fehler, aber ist nicht so schlimm, können wir auch zusammen lösen. Das sind alles Leistungen, die Sie von uns beziehen können. Ich möchte das ganz kurz halten, weil wir wollen ja möglichst viel Zeit für die Tipps haben. Deswegen springen wir einfach mal hinein, was erwartet Sie im Detail? Erstes Thema, Suchmaschinenoptimierung. Wir haben ein paar richtig schöne Tipps mitgebracht, wie Sie da mehr Erfolg haben können. Und Conversion-Optimierung, mein persönliches Lieblingsthema. Das wird nochmal richtig spannend. Das Was-Warum-und-Wie-Prinzip werde ich da genau erläutern, damit Sie wissen, was müssen Sie tun, damit Sie ab morgen oder ab Montag, je nachdem wann Sie sich wieder in Ihren Webshop setzen oder nachher schon, wie Sie da mehr Conversions in Ihren Webshop bekommen. Oder für die von Ihnen, die eine Webseite haben, wie kriege ich mehr Kontaktanfragen, wie schaffe ich es, mehr Newsletter-Abonnenten zu bekommen. Das ist das Thema, was uns da ganz besonders interessiert. Dann geht es in den Warenkorb hinein, für uns alle ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da darf man natürlich den Kunden nicht mehr verlieren, der will ja schon. Soziale Netzwerke sollen nicht zu kurz kommen, Newsletter-Marketing, viel Inhalt für 30 Minuten. Und zum Schluss Technik, da mache ich einen kleinen Sneak-Preview, ein kleines Thema schon vorweggenommen für die Technik, weil es gerade so aktuell ist, 21.04., Sie wissen das sicherlich alle, Google macht das nächste große Update. Das ist für uns alle ein ganz, ganz wichtiges Datum. Da passiert folgendes, Google aktualisiert den Algorithmus, jede Webseite, die dann nicht mobil optimiert ist, wird über mobile Endgeräte schlechter gefunden werden. So viel ist jetzt schon sicher. Wir vermuten, dass die Auswirkungen noch größer sind, dass noch mehr passieren wird. Das heißt, für all diejenigen von Ihnen, die Ihre Webseite noch nicht mobil optimiert haben, die noch nicht so weit sind, überhaupt kein Problem, sprechen Sie uns an, wir retten da gerne. Aber es ist für Sie alle natürlich ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, weil das Ihr Ranking nachhaltig beeinflussen wird. Die ersten Tipps, naja, das war ja eigentlich schon der erste, Suchmaschinenoptimierung, ganz, ganz wichtiges Thema. Sie wissen alle, Google oder auch andere Suchmaschinen, ich verwende das so ein bisschen als Synonym, finden in erster Linie Text, das heißt, wenn Sie in einem Bereich gefunden werden wollen, müssen Sie Text auf Ihre Seite schreiben. Unsere Faustformel für Sie, 200 bis 300 Worte auf einer einzelnen Seite, damit Sie als Referenz, als Kapazität, als Experte in diesem Bereich eben auch von Suchmaschinen wahrgenommen werden können. Das heißt, Sie müssen schon ein bisschen Text schreiben, wenn Sie Produkte online bewerben wollen für das jeweilige Produkt oder auch auf der Kategorie-Seite oder natürlich auch auf Ihrer Startseite oder auch andere Seiten, die von Ihnen gefunden werden sollen. Da ist es ganz wichtig, dass wir Faustformel mit 200 bis 300 Worte auf den Seiten haben. Das ist also mehr, als man so klassischerweise annimmt. Aber das ist natürlich auch verständlich, Google sagt oder auch die anderen Suchmaschinen, je mehr jemand zu einem Thema schreibt, desto größer scheint er auch als Experte in diesem Bereich zu sein. Wichtiger zweiter Punkt, wenn Sie viel Text schreiben, strukturieren Sie Ihren Text, bringen Sie gute Überschriften, schreiben Sie die Überschriften bitte, bitte, bitte gute Keywords hinein. Das ist der Schlüssel. Verwenden Sie dabei gerne auch Synonyme. Da komme ich nachher auch nochmal kurz drauf zu sprechen, da gibt es noch ein, zwei Sachen, an die man denken muss. Das ist ein wichtiges Thema, Überschriften verwenden. Eines meiner Lieblingsthemen ist auch das Thema Sackgassen. Stellen Sie sich immer Ihre Webseite vor, wenn Sie dort ganz nach unten scrollen auf Ihrer Webseite. Da muss irgendwas passieren. Da muss ich weiterkommen als Kunde. Da darf ich gerne andere Produkte empfehlen, da darf ich gerne auf mein Newsletter aufmerksam machen, da darf gerne ein Kontaktformular stehen, wo man mehr Kontakt aufnehmen kann. Aber bitte vermeiden Sie, dass man am Ende der Seite ankommt. Das passiert ja, ich fange oben an zu lesen, lese, das lese, das lese und dann bin ich am Ende. Da muss doch was passieren, da muss ich den Nutzer doch abholen, muss mit ihm was machen. Also ganz, ganz wichtiger Tipp, Sackgassen vermeiden, gucken Sie sich kritisch Ihre Seite an. Auch die Seiten, die vielleicht über Ihr Unternehmen berichten. Das sind meistens so typische Absprungquellen. Da verlieren Sie ganz viele Nutzer. Man liest sich das durch, guckt sich vielleicht die Gesichter an, die im Unternehmen arbeiten. Und dann muss ich doch jetzt meine wichtigsten Produkte vortragen. Vielleicht ein paar Referenzen zeigen, die Leute mitnehmen auf die Reise durch meine Webseite, durch meinen Webshop. Denken Sie vor allem auch daran, Suchmaschinen finden nicht nur Text, sondern Sie finden auch Bilder, News, Videos, Social Posts, Produkte. Sie haben also immer auch die Möglichkeit, gerade in Suchmaschinen ganz oben für eine kurze Zeit gelistet zu werden, wenn Sie in diesen Bereichen tatsächlich auch Inhalte platzieren. Binden Sie also immer eigenes Bildmaterial ein. Posten Sie ruhig mal alles auf sozialen Kanälen. Schreiben Sie einen Blog, News, Sie sehen das auch auf unserer Webseite, wenn Sie dort mal sind. Wir haben einen sehr, sehr erfolgreichen Blog, wo man tolle Informationen bekommt. Solche wie hier in dem Vortrag, das ist also für Sie auch ein Tipp, dort hinzugehen, unser Newsletter zu abonnieren. Das hilft in jedem Fall. Außerdem noch ein Thema, ich hatte das Thema Überschriften schon angesprochen. Wenn man Überschriften schreibt, wenn man Webseiten schreibt, dann ist natürlich immer die Frage, was ist denn das richtige Suchwort, was ich nehme? Wie muss ich denn meine Überschriften schreiben? Und da habe ich mal vier Beispiele mitgebracht. Günstige Winterreifen direkt aus Zürich online kaufen. Das könnte ja ein Suchbegriff sein für jemanden, der in ganz Europa und auch in der Schweiz Winterreifen verkauft. Er könnte aber auch sagen, Winterreifen günstig online kaufen. Oder Testsieger Winterreifen bequem online kaufen. Oder natürlich auch als Überschrift, Winterrede-Onlineshop. Wir machen nur kurz eine schnelle Umfrage, sehr viele Leute. Wer sagt denn, die erste Überschrift ist die beste von denen? Gibt es ja jemanden, der sagt, die erste Überschrift ist die beste? Obwohl, das ist dankbar. Vielen, vielen herzlichen Dank, das ist schon super. Sagt jemand, Winterreifen günstig online kaufen, das ist die beste Überschrift. Ah, ich sehe mehr Menschen jetzt, wenn der erste Mal anfängt. Oder vielleicht auch tatsächlich Testsieger. Dritte Überschrift, der Testsieger. Wer sagt, das ist die richtige Überschrift? Ja, wie sagen, vielleicht zwei, drei Leute mehr. Ich bin sehr gut im Schätzen. Winterrede-Onlineshop. Wer sagt, das ist die richtige? Oh, jetzt haben sich einige enthalten. Für die habe ich jetzt auch gleich den richtigen Tipp. Das ist natürlich immer super schwer einzuschätzen. Auch für uns super schwer einzuschätzen. Aber da gibt es natürlich Hilfe. Da gibt es von Google ein Tool, wenn man einen Google AdWords Account hat. Den kann man sich auch anlegen, wenn man keine AdWords schaltet. Da gibt es den Keyword Planner. Und dieser Keyword Planner ist genial. Der zeigt Ihnen genau, wie oft wird welcher Begriff online gesucht. Wenn Sie sich aber überlegen, mit welchem Begriff möchten Sie Ihre Webseite bewerben, wie sollen Ihre Überschriften sein, können Sie immer hineinschauen und genau gucken, Winterreifen wird 110.000 Mal gesucht. Scheint also ein guter Begriff zu sein für mich. Wenn ich aber vielleicht auf das Thema Winterräder gehe, was jetzt für mich irgendwie das Gleiche wäre, habe ich nur noch 5.400 Leute, die das suchen. Noch einen Bruchteil. Das sind mal Zahlen Monat und sind mal Zahlen Deutschland. Das aktualisiert sich natürlich auch je Saison immer, klar. Aber das muss man beachten. Der Keyword Planner von Google hier eine sehr, sehr gute Hilfe, um genau das für sich herauszubekommen. Und dadurch sieht man, also jeder, der hier Winterreifen, die 2 und die 3, das sind hier natürlich die klaren Sieger. Wenn man nur nach dem Begriff Winterreifen geht, ist es natürlich immer sinnvoll, Zusatznutzen mitzukommunizieren in der Überschrift. So etwas wie Testsieger oder Riesenauswahl oder kaufen Sie beim besten Anbieter Ihrer Region oder, oder, oder. Also, dass man solche Zusatzargumente durchaus auch mit drauf bringt, das hat natürlich einen ganz, ganz großen Effekt. Aber rein die Keywords betrachtet, ganz, ganz klar, hier Winterreifen, besser als Kompletträder, besser als Winterräder. Wobei Kompletträder auch schon gut ist. 18.100. Würde sich vielleicht sogar lohnen, eine kleine Landingpage zu bauen, 300 Wörter drauf zu schreiben, schöne Überschriften, ein paar schöne Bilder, ein paar Produkte drunter platzieren. Das macht ganz viel Sinn, um dort mehr zu erreichen. Großer Effekt und für mich mein Lieblingsthema, das Was-Warum-Wie-Prinzip. Sie müssen, wenn Sie eine Webseite, wenn Sie einen Online-Shop haben, Sie müssen bitte, bitte, bitte immer dem Nutzer sagen, was er tun soll. Es gibt so viele Webseiten da draußen, da kommt man drauf und niemand sagt dann, was man tun soll. Schreiben Sie, kaufen Sie jetzt online bei uns unsere, wegen der Gartenhöbel oder unsere Winterreifen oder was auch immer. Das müssen Sie genau hinschreiben. Da müssen Sie, deswegen heißt das Was-Warum-Wie, wie es in der Überschrift steht, warum soll der Nutzer bei Ihnen einkaufen? Erklären Sie es ihm. Tolle Auswahl, genialer Service. Sie haben vielleicht ein längeres Rückgaberecht. Geben Sie dem Kunden das Warum mit. Damit er das weiß, damit er in seinem Kopf sieht, ah, okay, ich soll Winterreifen kaufen, logisch, brauche ich gerade welche. Okay, es ist auch noch der beste Anbieter, dafür super, mache ich. Und machen Sie, und das ist das Wie, machen Sie es ihm so einfach wie möglich. Sie werden das nachher feststellen, ich habe das auch gemacht am Anfang meines Vortrags. Ich wollte auch was von Ihnen. Ich habe gesagt, ich möchte von Ihnen die Visitenkarten haben. Ich habe auch gesagt, warum? Ich habe gesagt, damit Sie die Präsentation bekommen. Und ich habe es auch so einfach wie möglich gemacht, Sie brauchen es mir nur nachher hinlegen und dann kriegen Sie die Präsentation zugeschickt. Und Sie werden nachher feststellen, das funktioniert. Und das ist das Geniale an dieser Sache. Und das ist genauso online. Sie müssen immer sagen, was Sie wollen. Wenn Sie das nicht tun, macht es keiner. Das heißt, weisen Sie darauf hin, dass der Nutzer bei Ihnen einkaufen soll, nennen Sie Ihre Buttons auf Ihrer Webseite so, bewerben Sie Ihre Produkte so, das hilft Ihnen tatsächlich. Und auch wenn Sie eine Webseite haben, wenn Sie Dienstleister sind, auch da hinlegen, dass da ganz klar, was der Kunde bei Ihnen machen soll. Er soll das Kontaktformular ausfüllen und soll Ihnen eine Nachricht schreiben, damit im Anschluss jemand von Ihnen sich bei Ihnen melden kann und ihn beraten kann. Aber das muss man ganz klar kommunizieren. Sonst funktioniert das nicht. Das also das Was-Warum-Wie-Prinzip. Ich habe das jetzt auf der zweiten Seite nochmal ein bisschen beschrieben. Sie kriegen ja die Präsentation im Anschluss, sodass Sie das in Ruhe nochmal durchlesen können. Haben wir also ganz verschiedene Beispiele. Ich hatte es vorhin schon gesagt, bei Unterhaltung ein 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und eine kostenlose Lieferung. Das könnte ein Argument sein. Aber Sie kennen Ihre Produkte, Sie kennen Ihren Bereich am besten. Überlegen Sie, was sind die Argumente, die für Sie da am besten passen. Nächster ganz wichtiger Tipp. Sogenannte Call-to-Action-Buttons. Im Webshop ist das ja ganz einfach. Das ist immer der Schnopf, mit dem man das Produkt in den Warenkorb legt. Jetzt entdecken wir immer wieder Online-Shops. Da ist dieser Button quasi versteckt. Das ist doch das, was ich will. Das ist das, was der Kunde machen soll. Er ist auf dem Produkt. Er sieht die wunderschöne Bluse in der Wunschfarbe und Wunschgröße. Und jetzt muss dieser Warenkorb-Button groß und im Idealfall in einer Kontrastfarbe sein, gut sichtbar sein, damit die Leute ihn anklicken können. Und wenn Sie eine Seite haben, die sehr lang ist, ist es nicht schlimm, diesen Knopf mehrfach auf dieser Seite zu platzieren. Es ist nur schlimm, wenn man ihn nicht klicken kann. Wenn man ihn nicht sieht. Also machen Sie es Ihrem Kunden da so einfach wie möglich. Platzieren Sie die Call-to-Action-Button sehr, sehr auffällig auf Ihrer Seite. Immer bitte auf dem rechten Bereich, weil wir lesen alle von links oben nach rechts unten. Produktbild, Überschrift, Beschreibung, Kauf. Super. Und das möglichst oft. Das ist ideal. Wichtiger Punkt. Auch eines meiner Themen, die ich sehr, sehr gerne anspreche, weil es so selten passiert. Verlinken Sie Ihre Seiten untereinander. Ich hatte es vorhin bei der Zaggasse schon mal kurz angesprochen. Wie viele Seiten existieren denn, wo Sie gar nicht noch auf andere Seiten verweisen? Die wenigsten wollen wieder hoch ins Menü scrollen. Dann auf das Menü wieder vier Unterebenen und so weiter. Führen Sie Ihren Nutzer doch. Sie wissen doch am besten, was zu Ihren Produkten passt. Er hat die Bluse ausgesucht. Gehen Sie mit Ihrem Kunden zusammen zur passenden Hose. Er hat den Gartenstuhl. Sie müssen ihm doch den Tisch dazu geben. Das ist doch Ihre Pflicht. Sonst kauft er den Falschen und ärgert sich dann. Das können Sie doch nicht verantworten. Und das ist das Problem, wenn man die Seiten nicht richtig verlinkt. Verlinken Sie bitte, bitte, bitte die Seiten ordentlich. Bringen Sie auf jeder Seite andere Links zu anderen Themen in andere Produktbereiche vielleicht bei Ihnen. Sie verkaufen Gartenmüll, vielleicht auch noch Vasen. Dann muss es da zu den Vasen weitergehen, vielleicht zu den Blumen, wenn Sie etwas ganz Verrücktes machen. Das muss schon miteinander verbunden sein. Und Störer. Sie kennen das vielleicht. Viele, viele große Seiten. Wenn man da ein bisschen drauf ist, auf einmal fliegt von der Seite von oben oder es erscheint einfach ein Störer. Ein kleines Overlay, was sich über die Seite legt und sagt, Hey, lieber Kunde, du scheinst dich ja für meine Produkte zu interessieren. Da habe ich einen super Tipp für dich. Trag dich bei meinem Müsneter ein. Und jetzt wieder, was will ich? Trag dich bei meinem Müsneter ein. Warum sollte der Nutzer das tun? Die weniger Kreativen von uns sagen einfach, hey, kriegst du 5 Euro Gutschein? Funktioniert, super. Die etwas Kreativeren können aber durchaus sagen, Hey, bei uns bekommst du damit alle Sonderangebote 2, 3 Minuten eher. Oder Tage. Oder Wochen eher. Oder es gibt spezielle Angebote nur für die Müsneter-Abonnenten. Wäre ja auch eine super Sache. Also da sind wir kreativ und finden eine gute Lösung, ihm das Warum zu geben. Und dann bitte machen wir das wie so einfach wie möglich. Wir machen ein Formular nur mit einem Feld. Nur E-Mail-Adresse. Das ist es. Nur E-Mail-Adresse. Da kriegen Sie viel mehr Abonnenten. Dann drücken die auf Eintragen. Und auf der zweiten Seite können Sie dann bitte alles mit dem Kunden machen, was Sie wollen. Da können Sie ihm dann alle Fragen stellen. Nach Schuhgröße, Alter, Geschlecht, Vorlieben. Alles. Das ist dann die zweite Seite. Da ist er schon eingetragen in Ihrer Datenbank. Da können Sie dann alles tun. Aber das machen wir als erstes. Erstmal lassen wir es schön einfach eintragen. Dann bekommt er ein Süßletter. Und ab da können wir mit ihm wirklich arbeiten. Aber diesen ersten Schritt bitte immer nur ein einziges Feld. Nicht Herr, Frau, nichts. Wirklich nur dieses Thema. Und das machen dann nicht alle. Das ist aber nicht so schlimm. Die, die es machen, profitieren davon. Die, die es nicht machen, bekommen zumindest unser Newsletter. Und das ist wichtig, weil dann kaufen Sie bei dem richtigen Online-Job. Und das müssen wir erreichen zu sein. So, Störer. Tolles Thema. Trust-Symbole. Das sind viele, viele tolle Tipps, muss man ja sagen. Viele tolle Tipps. Trust-Symbole. Kennen Sie vielleicht. Wenn Sie auf Webseiten, auf Webshops gehen, sehen Sie oben immer Trusted-Shops. Oder Shop-Auskunft. Oder ein Siegel von irgendeinem Zahlungsanbieter. Oder Lieferung per DHL. Oder 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Oder was auch immer. Das ist so oft zu sehen, weil das unwahrscheinlich gut funktioniert. Das ist ja das, was Sie schaffen müssen. Sie gewinnen über die Suchmaschine, über Werbung, gewinnen Sie einen Kunden, der auf Ihre Seite kommt. Und jetzt haben Sie wenige Augenblicke Zeit, Vertrauen aufzubauen. Und zu zeigen, dass Sie der richtige Anbieter für diesen Kunden sind. Und wie ginge das besser, als über Trust-Symbole. Einfach Bewertungsplattformen, Siegel, Garantien. Denken Sie sich was aus. Nutzen Sie die Portale, die es online gibt, dazu. Das wird Ihre Conversion-Rate auf Ihrer Seite für Bestellung von Neukunden steigern. Ihre Bestandskunden? Okay. Bei denen vielleicht auch. Aber das ist da nicht der Fokus. Da geht es darum, dass Sie es wirklich schaffen, mehr Neukunden für sich zu gewinnen. Rezensionen. Ich war überrascht, wie schnell die Ware geliefert wurde und der Kundenservice war einfach grandios. Meine Rückfrage wurde sofort und ganz unkompliziert beantwortet. Vielen Dank. Wenn ich das lese, weiß ich, ich bin nicht der Einzige, der bei dem bestellt. Und Sie kennen das alle wahrscheinlich von Amazon. Da sieht man so einen Staubsauger, zwei untereinander. Der eine Staubsauger, sieben Millionen Bewertungen, dreieinhalb Sterne. Der andere Staubsauger, gar keine Bewertungen, null Sterne noch. Keiner kauft den Staubsauger, den noch niemand gekauft hat. Niemand will der Erste sein. Niemand will der sein, der blöderweise den falschen Staubsauger kauft. Niemand. Deswegen müssen Sie das nutzen. Bringen Sie Kundenrezensionen drauf. Sie haben glückliche Kunden. Schicken Sie denen eine Mail, sagen, Mensch, es wäre mir was wert, wenn Sie mich bewerten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Wenn Sie nur schreiben, Sie wären Ihnen sehr dankbar, werden mehr Leute Sie bewerten. Wenn Sie sogar noch anbieten, dass Sie einen kleinen Vorteil davon haben. Vielleicht Ihr ein Newsletter bekommt oder vielleicht ein gratis Produkt bei der nächsten Bestellung. Oder noch mehr Leute, die Ihnen da helfen. Und das ist wirklich Geld wert. Diese schönen Rezensionen sind wirklich Geld wert. Idealerweise schreibt der Kunde sogar irgendwas, was zu Ihren Vorteilen, Ihrer Produkte oder Leistung passt. Dann heben Sie es hervor. Machen Sie es deutlich, machen Sie es groß. Logos schaffen Größe auch ein ganz wichtiges Thema, gerade im B2B-Bereich, aber natürlich auch für alle, die einen Endkunden verkaufen. Versuchen Sie Logos von wichtigen Kunden von sich mit zu platzieren. Wenn Sie also ein paar große Brands haben, die bei Ihnen einkaufen, auch das schafft einfach nur Vertrauen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber wenn Sie von irgendeinem großen Unternehmen, an was Sie gerade denken, zum Beispiel Iron Shark, das habe ich doch eins genannt, wenn Sie die als Kunden auf Ihrer Website, das ist ein Vertrauensbeweis. Da werden noch mehr Leute am besten. Also wenn der Iron Shark kauft, also dann kauft er auch. Das ist der Effekt, der dadurch entsteht. Zwölf Minuten haben wir noch zusammen, das wird richtig spannend. Für mich ein wichtiges Thema, testen Sie ruhig mal AdWords, Facebook-Ads, Twitter-Ads für Ihren Online-Shop. Wer von Ihnen nutzt schon Twitter-Ads? Zwei. Sehr geil. Super. Wichtig. Das ist ja erst vor sechs Wochen gestartet in Deutschland. Also noch ganz jung. Vielleicht sind es auch sieben. Nageln Sie mich nicht auf den genauen Tag fest. Aber das funktioniert bombastisch. Also wenn Sie mit Google AdWords Erfolg hatten, Twitter-Ads noch besser. Machen noch ganz wenige. Wir erzählen das auch nicht weiter. Wie weit ist das so? Twitter-Ads machen noch ganz wenige. Die Klickpreise sind niedriger. Die Leute, die darauf klicken, konvertieren in Webshops wesentlich besser. Nach unseren Erfahrungen jetzt nach sechs Wochen. Also probieren Sie das aus. Nehmen Sie ein kleines Budget in die Hand, registrieren Sie sich dort. Legen Sie Ihr Budget dort hin. Und das ist übrigens für all diejenigen, die sagen, oh nee, ich will nicht twittern. Das ist völlig okay. Sie müssen nicht tweeten, nicht twittern, nicht zwitschern. Nichts. Das ist einfach nur, dass Ihre Werbung im Twitter-Netzwerk angezeigt wird. Da klickt man drauf und kommt dann auf Ihre Unternehmenswebsite. Das wäre die einfachste Variante, die jeder von uns, der jetzt hier ist, nutzen kann. Das ist wirklich spitze. Versprechen Sie mir, dass Sie hier rausgehen und das ausprobieren. Das ist wirklich genial. Das ist wirklich gut. Ja. Wichtiger Punkt bei dem Thema ist natürlich auch immer, dass man eine höhere Conversion-Rate in seinem Webshop hat. Das ist ein wichtiger Faktor. Ich zahle Geld für einen Klick, dann muss derjenige, der klickt, auch möglichst bei mir kaufen. Und viele der großen Suchmaschinen oder Webseiten belohnen das auch, wenn Ihre Webseite eine gute Conversion-Rate hat. Dann zahlen Sie dort weniger. Dann zahlen Sie für den Klick weniger, obwohl Sie besser gelistet werden, weil natürlich diese großen Portale immer Interesse daran haben, den Kunden glücklich zu machen. Also nicht Sie, sondern die, die auf Ihre Anzeigen klicken und bei Ihnen dann kaufen. Deswegen ein ganz wichtiger Punkt, deswegen sprechen wir heute auch über Conversion-Optimierung, dass Sie beginnen, Ihre Conversion des Webshops weiter zu steigern. Jetzt habe ich es angedeutet vorhin, ein ganz wichtiger Part, der Warenkorb. Aller Ende ist schwer, sagt man ja so schön. Jetzt haben wir den Kunden soweit. Er hat die wichtigen Produkte im Warenkorb. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass er nicht mehr abgelenkt wird. Jetzt muss er ganz sauber durch den Warenkorb durch. Da dürfen keine Irritationen mehr auftreten. Da darf kein Fragezeichen mehr entstehen. Da dürfen wir nicht mehr verwirren. Das muss jetzt schön einfach sein. Und wir müssen ihm auch nochmal sagen, warum er bei uns kaufen soll. Falls er unterwegs denkt, auch eigentlich könnt ihr ja nochmal online vergleichen. Oder eigentlich habe ich ja doch jetzt gerade irgendwie noch Lust, was anderes zu tun. Dass wir nochmal die wichtigsten USPs, die wichtigsten Vorteile von uns mit hinschreiben. 30 Tage Geld zurück, die kaufen ohne Risiko. Sie kaufen bei dem besten Online-Shop in dem Bereich. Was auch immer. Schreiben Sie Ihre Vorteile dort mit hin. nochmal immer links neben dem Button. Weil ganz unten rechts ist immer der Button. Ganz oben rechts ist immer der Button. Zum Weitergehen. Schreiben Sie da links daneben bitte nochmal Ihre Vorteile. Damit die Kunden, wenn sie zweifeln, an diesem Punkt weiterkommen. Und sagen, ach stimmt. Sie haben völlig recht. Ich habe meine Geld-Zurück-Garantie. Dann kann ich ja problemlos kaufen. Super, mache ich. Ablenkung vermeiden bedeutet auch, Sie kennen das vielleicht auch von vielen Shops schon, keine Navigation mehr bieten, um in Ihr Produktsortiment hineinzukommen. Jetzt behalten wir ihn im Warenkorb. Jetzt geben wir ihm nicht noch Inspiration für andere Produkte. Da passiert nämlich folgendes. Der sieht deine Jeans, geht drauf, stellt fest, es ist nicht in seiner Größe da. Und schwupps haben wir das Problem, dass er seinen Kauf bei uns nicht abgeschlossen hat. Und das ist ja wieder schade. Jetzt müssen wir den Neu gewinnen. Jetzt müssen wir nochmal AdWords bezahlen, nochmal Twitter-Aids bezahlen, nochmal irgendwas bezahlen. Damit er wieder zu uns kommt, sich daran erinnert, ach ich hatte ja noch was in meinem Warenkorb. Dann da durchgefahren. Das müssen wir vermeiden. Sondern wenn der im Warenkorb angekommen ist, yippie. Und jetzt führen wir ihn schön durch. Und sagen auch, hey, wenn du irgendwelche Probleme in so einem Warenkorb hast, ruf uns an. Oder schreib uns ein Mail. Damit er dort in der Lage ist, auf jeden Fall abzuschließen. Deswegen ist auch der nächste Tipp für mich ganz wichtig. Zahlungsoptionen und Versandoptionen. Es gibt ja viele, die sagen, ja Express ist ja viel zu teuer. Wenn ich da jetzt irgendwie 50 Euro Aufpreis nehme dafür, dass er die Strümpfe eine Woche eher hat. Das ist ja vielleicht irgendwie zu teuer. Entscheiden Sie das bitte nicht für Ihren Kunden. Das kann sein, dass die meisten sagen, das ist zu teuer. Müssen Sie ja nicht nehmen. Aber es gibt die Kunden, die sagen, hey, ich brauche die Strümpfe, das sind genau die Strümpfe. Ich bin eine Woche auf Segeltour, dann brauche ich genau das. Und dann sind die bereit, das zu bezahlen. Bieten Sie dem Kunden die Optionen an. Verlieren Sie sie nicht dadurch, dass Sie eine Option nicht anbieten, weil Sie gedacht haben, das macht ja eh keiner. Und auch bei den Zahlungsoptionen ist mir das so wichtig. Geben Sie dem Nutzer möglichst viele Zahlungsoptionen. Dann kann er sich fürs Beste entscheiden. Müssen wir ja gar nicht für ihn entscheiden. Können Sie auch mit Aufpreisen arbeiten, alles kein Problem. Aber bieten Sie ihm bitte, bitte, bitte möglichst viele Optionen an. Ach, noch ein ganz wichtiges Thema, finde ich total toll. Jetzt erinnern wir uns nochmal an das Newsletter-Marketing. Sieben Minuten ist eine gute Zeit. Als Newsletter-Marketing habe ich ja gesagt, wenn man sich eingetragen hat, kommt man auf eine zweite Seite und da fragen wir alles Wichtige ab. Damit wir ihn erstmal zum Eintragen der E-Mail-Adresse bekommen. Gleiches geht für mich auch im Bahnkorb. Derjenige kommt durch den Bahnkorb durch und sagt jetzt Bestellung abschließen. Dann kommt der eine, vielen Dank für Ihre Bestellungsseite, die von vielen Händlern sträflichst vernachlässigt wird. Zu Unrecht. Das ist die perfekte Seite. Das ist die schönste Seite, die man gestalten kann. Der Kunde hat gekauft. Sie haben die beste Beziehung zu Ihrem Kunden. Der vertraut Ihnen. Der mag Sie. Der möchte von Ihnen beraten werden. Jetzt könnt ihr mit dem Kunden alles machen. Sie können den Newsletter anbieten. Geben Sie ihm nochmal das Warum. Hey, melde dich noch schnell zu unserem Newsletter an. Kriegst du noch 5 Euro Rabatt. Oder für die Cleveren unter uns, bekommst du die Aktion etwas eher. Empfiehle uns deinen Freunden weiter. Oder wir können auch sagen, hey, ich hätte noch 2 Produkte. Ich gebe dir 5 Minuten Zeit. Kannst du überlegen, das sind 2 Produkte, die ich dir anbieten würde. Die kriegst du jetzt, wenn du sie gleich kaufst, ein bisschen günstiger. Und es ist gar kein Problem, die füge ich einfach an deine Bestellung hinzu. Du musst nur 2 Mal klicken. Ich weiß ja noch alles von dir. Ich habe das ja noch. Und dann machen wir Upselling. Die Strümpfe. Die Gartenstühle. Der Tisch. Das ist doch geil. Das ist die beste Seite. Ich will nur diese Seite haben. Meine Lieblingsseite. Das ist der Moment, wo wir mit dem Kunden verkaufen können. Das müssen sie integrieren. Ganz wichtiger Punkt. Social Media. Viele Menschen sind auf sozialen Netzwerken. Das ist super. Viele Unternehmen und Webshops versuchen auf diesen sozialen Kanälen aktiv zu sein. Bitte denken Sie dabei immer daran, es handelt sich um eine soziale Plattform. Und das bedeutet, man muss miteinander was machen. Das nicht zum alleine was machen. Social Media heißt miteinander was tun. Bedeutet für mich, jeder Post, alles was sie auf den sozialen Kanälen schreiben, muss animieren mitzumachen. Wir denken ja darüber nach, welche Produkte wir im nächsten Sommer in unseren Online-Shop nehmen. Habt ihr mehr Interesse an roten Produkten oder an grünen Produkten? Hey, der kann was dazu sagen. Da habe ich eine Meinung. Das ist Interaktion mit meinen Kunden. Perfekt. Fragen Sie nach Meinungen. Fordern Sie auf zur Interaktion. Bitten Sie um Feedback. Sorgen Sie bei allem, was Sie auf den sozialen Kanälen tun, immer dafür, dass man mit Ihnen in Interaktion treten kann. Und jetzt das Allerwichtigste. Sie sind da nicht allein. Das heißt, es gibt andere Online-Shops, die nicht Ihre Produkte verkaufen, die sind da auch. Und wie geil wäre das denn, wenn Sie auf Ihrem Social Media Kanal posten, war gerade im Internet unterwegs und habt diese geniale Sonnenbrille gesehen im Online-Shop EGY. Wollt ihr euch einfach mal zeigen. Und wenn der Online-Shop, der die Brillen hat, schreibt, war gerade im Internet unterwegs. Habt zufällig diese tollen Gartenmöbel gesehen. Wollt ihr euch einfach mal zeigen. Wie geil wäre das denn? Haben da nicht beide was davon? Hat der da nicht zwei Brillen verkauft und zweimal Gartenmöbel? Das wäre doch super. Und wenn wir damit gegenseitig 10% mehr Fans kriegen, dann haben wir da nicht mal was für bezahlt. Wir geben so viel Geld aus für Facebook-Ads. Wir geben so viel Geld aus für Google-Adwords. Wir geben so viel Geld aus für Twitter-Ads. Das ist gratis. Das dauert nicht mal lang. Das machen viele von uns einfach in der Freizeit. Die nehmen ihr Handy, fotografieren, was und posten ist. Das können wir nutzen. Netzwerken Sie untereinander. Links und rechts. Und dann haben wir nachher schon ein paar der ersten Posts, die das nutzen können. Finde ich super. Oh ja, YouTube. Ich liebe YouTube. Es gibt keine Plattform, wo ich so viel Lebenszeit verliere wie auf YouTube. Großartige Plattform vor allen Dingen für Sie. Wer in der Lage ist, ein kurzes Video zu erstellen, kann mit diesem Video auf YouTube werben. Bevor ich also meinen Film sehe, den ich eigentlich sehen will, kommt von Ihrem Online-Shop eine kurze Werbung. Das ist wie Fernsehwerbung, nur viel billiger. Und funktioniert super. Weil es wenig machen. Es ist wie mit dem Twitter-Ads. Es machen einfach noch wahnsinnig wenige. Weil sie den Aufwand scheuen. Weil sie glauben, es ist wahnsinnig kompliziert. Das muss es nicht sein. Probieren Sie es einfach mal aus. Schalten Sie dort mal. Kleine Videoanzeige vor den Videos. Kann man auch wieder vom Budget schön klein halten. Man muss nicht gleich wie bei Fernsehwerbung mit viel Geld arbeiten. Man kann mit einem schmalen Budget starten. Und gucken, wie funktioniert es. Und dann kann man es ausbauen. Also, für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Wer sowieso Videos von seinen Produkten dreht, ganz, ganz klar. Das ist eine soziale Plattform. Das bedeutet, suchen Sie sich Gleichgesinnte. Die auch ein paar Abonnenten haben. Und posten Sie wieder ein Video von ihm. Bei sich. Und von sich, bei ihm. Damit man sich hilft gegenseitig. Zusammen mehr erreichen. Soziale Netzwerke. Für mich ein ganz wichtiges Thema. Newsletter-Marketing. Ich habe noch eine Minute. Der Rest gibt es gegen die Siebenkarten. Zum Schluss ein Tipp davon. Schicken Sie im Newsletter-Marketing bitte niemals Ihre Newsletter von der gleichen Domain. Wie Ihre normale Geschäftspost. Sollte es wirklich mal passieren, dass Ihre Newsletter dazu führt, dass Sie als Spam gelistet werden. Kommt Ihre Geschäftspost nicht mehr an. Ihre Bestellbestätigung. Ihre normalen E-Mails. Die Rechnung über so und so viel Geld, die kommt dann nicht mehr an. Trennen Sie das. Zwei Server, zwei Domains. Machen Sie Ihren Webshop-Namen minusnews.de zum Beispiel als zusätzliche Domain. Und verschicken Sie darüber. Damit das nicht passieren kann. Es ist zwar leicht wieder aus diesem Spam-Klassifizierung rauszukommen. Aber es ist besser, wenn man das von Anfang an getrennt hat. Jetzt kämen noch ein paar ganz, ganz spannende Dinge. Aber 30 Minuten sind 30 Minuten. Sie dürfen sehr, sehr gerne mit all Ihren Fragen zu mir kommen. Ich schwöre, ich verlasse die Messe heute erst, wenn alle Fragen beantwortet sind. Und dann möchte ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken. Hat viel Spaß gemacht mit Ihnen. Schön, dass Sie diese Zeit haben geschickt. Und denken Sie an die Gesichter. Schön, dass Sie diese Zeit haben.